Heim wollte nicht nur wissen, woher kommt das Universum und wohin geht es, sondern ihn interessierte vielmehr die Frage, was ist der Mensch? Woher kommt er und wohin geht er? Diese Fragen richten sich nicht so sehr an Physiker, sondern an Philosophen. Heim stand in der Tradition der Weizsäcker-Schule, in der physikalisches Wissen die Voraussetzung für Philosophieren ist. Burkhard Heim, der bei von Weizsäcker formale Logik studiert hatte, empfand sich auch mehr als Philosoph, denn als Physiker. Andere Physiker haben nicht die solide Ausgangsbasis, um einen hierarchisch strukturierten Aufbau der Materie angeben zu können, um von da aus die Fragen nach dem Lebendigen und nach dem Bewusstsein in der Materie stellen zu können.